Promenon, jetzt sind wir endlich an der Bremer Brücke. Hier entstehen Emotionen, aber wisst ihr wie Emotionen entstehen? Leidenschaft, Siegermentalität. Weil egal was passiert, die heute Abend feiern werden, die heute Abend genießen werden und das für ewig kein Wort im Herz bleiben wird. Egal wie es soll. 1-1, 4-3, lass mich nicht auskommen! Mir ist jetzt wichtig, dass ihr Emotionen mitnehmt und dass ihr heute einfach Bock habt, euch zu präsentieren, den Verein zu präsentieren und die Tore sind egal. Egal wie viel wir kassieren, Männer. Es geht hier nicht heute ums Ergebnis. Aber es war ein Erlebnis für die Ewigkeit. Davon werden wir unseren Kindern erzählen und wir haben alles gegeben. Wir haben uns nicht versteckt und den ganzen Tag einfach genossen und es einfach ein super Erlebnis.